So, da in diesem Video will ich euch jetzt zeigen, wie man MP3s schneidet, also quasi Audioformate klein macht. Weil manchmal ist es ja so, man will nicht den ganzen besprochene Tonspur verwenden, da sind dann vielleicht ein paar Outtakes dabei oder ein paar Phrasen, die eben nicht so toll waren, sondern man will bloß einen bestimmten Part. Ich öffne über Datei die MP3, die ich brauche. Ich habe jetzt zum Beispiel die Hymne vom VfB Stuttgart. Ja, mögen tue ich den VfB nicht, aber zusammenschneiden kann ich ihn ja. So, und jetzt sehe ich hier oben schon, hier liegt das ganze Lied. Wenn ich da auf Anhören gehe, zum Beispiel auf Play, höre ich im Hintergrund, wie das läuft und wie die Hymne abläuft. Und ich möchte natürlich zum Beispiel nur den Refrain verwenden, also spule ich mal an die Stelle. Ja, jetzt finde ich es nicht. Ah, hier war es. Also da, wo VfB steht, zu dir kommt, da möchte ich es haben. Also gehe nochmal zurück und stelle genau an dieser Stelle einen Marker. Das heißt hier Anfang setzen, Markierungsanfang, momentane Position. Und dann scrolle ich so weit, wie ich das Ganze haben möchte. Und am Ende des Ganzen gehe ich auf Ende setzen. So, und jetzt wird dieser blaue Abschnitt markiert. Und diesen Abschnitt kann ich dann unter Markierung speichern, als neue MP3 speichern. Ja, dann habe ich nur ein Teil. Natürlich sollte ich diese Datei jetzt möglichst dann auch anders benennen. Zum Beispiel, äh, Refrain. Und schon habe ich quasi meine MP3 zu einem kleinen Teil zusammengeschnitten. Die wiederum kann ich jetzt auch in mein Movie Maker Projekt mit einfügen. Und jetzt kann ich jetzt auch in mein Movie Maker Projekt mit einfügen. Und claims properties basiert. Und ich habe das Thema in Podcastorit november, Und dann Om품 kann ich natürlich looking. Und dann die Satellite gemacht. Und dann gab es mir wirklich ganz schön. Vielen Dank.